Was ist das denn hier für ein Bett? Was ist das denn hier für ein Bett? Ist das bei dir auch so verbuggt? Ja! Das ist ein 1.7-Bug. Dann nehme ich das. Wo alle schlafen gehen bitte. Ein Bett ist noch in der Ruhe. Ich will einmal noch nicht schlafen. Ich bin noch gar nicht müde. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Warum bin ich jetzt schon wieder viermal gestoppt? Ah, ich bin neben dir erst noch reingefallen. Oh, neue Truhe. Ich würde mal sagen, in diese Truhe hier packen wir nur Baustoffe. Was fällst du denn als Baustoff? Sprich Holz, Stein. Holzstein, Erde, Holz und Stein und Erde. Erdbeirrkäse. Erdbeirbblade. Oh, Enderman. Hat er mich angeguckt? Hat er mich angeguckt? Nee, aber er teleportet sich hier hin und her. Da hinten steht er. Ich guck ihn jetzt mal ganz dreist an. Guck mich an, Schlampe. Oh, er ist weg. Move, Bitch. Ist das ein schlechtes Zeichen, wenn er weg ist? Ja. Oh, ein Creeper. Den ruhig, ich spier. OAH! Bin ich tot. Und irgendwie hast du's mit deinen Lächern, ne? Ich bin immer auf der Suche. Verdummts. Autsch. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, shit. Hab ich da unten was verloren? Was war denn da drin bei mir im Inventar? Gar nichts, ne? Da war eine Erfahrungskugeln. Nee, da war nichts drin. Völlig hohl war der. Völlig leer. Ein Huhn. Hund? Huhn. Das ist Huhn beglaublich. Pflanzt ihr hier die Bäume direkt neben dem Haus? Ja. Nee. Achso, anscheinend doch, ja. Nee. Ja. Also, ich nicht. Wo sind denn die Schafe? Ich will mehr Schafe haben, Junge. Ich hab keine Schere dabei. Oh, ich lauf hier nur ziellos durch die Gegend, Alter. Ich brauch Game Mode 1, äh, 0, ähm, 1 ist das, ne? Ja, 1. Dann schäbe ich hier stundenlang. Ja, mein Gott, das ist einfach voreingestellt, Junge. Ich muss hier nichts ändern. Wo denn? Wenn ich den Server aufmache, ist das steht da immer in meinen Propetaries drin. Propetaries. Propetaries, ja. Propetaries. Im Propetariat. Und dahin steht schon wieder nur ein halb abgeschlagener Baum. Leute, wenn ihr die abschlagt, führt es doch zu Ende. Alter, willst du mich jetzt flaxen, oder? Wer, ich? Was? Ja. Warum? Kann mal jemand hier bitte das Loch zumachen? Warte. Was war jetzt daran so lustig, Tilk? Ich komme und mache das Loch zum. Das war unser Lotus, äh, Locus. Lotus. Oh, Schafe! Warum wächst da ein Baum in der Luft? Weil er es kann. Wieso wird eigentlich der Himmel dunkler, wenn ich unterm Baum stehe? Weil du einen Schatten hast. Ja. Dann hast du ihn geschafft. Mama! Warum wird das Wasser tiefer, je weiter ich rausschwimme? Ja. Ja. Ich möchte gleich schwimmen weiter. Mama, ich will gar nicht nach Amerika. Halt die Klappe und schwimmen weiter. Ja. Gut, dass du Spawn Protection aus hast, ich kann nichts abbauen. Wir brauchen eine zweite Kuh. Hat jemand Weizen? Ja. Hier. Ich suche jetzt eine. Ich habe eben alle getötet, die mir vor die Nase gelaufen sind. Ich suche jetzt eine und dann werde ich die... Entführen. ...locken. Locken. Sollen wir mal ein paar Slimes finden und eine Leine machen? Ja, such mal ein paar Slimes. Dann können wir alles an die Leine... Ja, mache ich. Was braucht man für Leinen? Slime. Was? Deswegen wollte ich Slimes suchen. Du brauchst vier Leinen und einen Slime. Okay. Ich versuch's jetzt mit dem Weizen. Das ist so ne scheiße auswendig. Äh... Äh... Ich dachte immer du wärst um keine Antwort verlegen, aber jetzt äh... Ich habe mich teustig. Hast mich peinlich... Hast mich peinlich... Hast mich peinlich berührt. Oh, Schwein! Soll das jetzt heißen, ich hab... Dich an einer peinlichsten Stelle berührt oder... Oh, zwei Schweinen. Komm, 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 komm! Oh nein, die, die, die reagieren ja nicht auf Weizen, ne? Nein. Ach, krass, mit einer Schere kann man Gras aufhärfen. Hat jemand Karotten? überhaupt nichts ich kann sich da hinsetzen und ich wundere mich die ganze Zeit worauf reagieren Hühner auch auf Weizen auf alles doch 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 ach nee hier auf Körnchen auf nicht auf Weizen auf auf Samen ich mach mal schnell welche ah da hab ich schon einen so was muss ich den machen den ergeben oder was auch da rein weil ich mache das vorgleich auf oder machen wir ein extra gehege für die Scheiße komm spring du dummes Viech Carsten du musst mir auch sagen du weißt schon wo das Haus ist du weißt schon wo das Haus ist oder das ist ein Schwein ist das wichtiger das ist wichtiger aber wir haben keine Karotten ach dumm gelaufen Natürlich ist jetzt ich hab keine Ahnung wo ich hinlaufe zwei Schweine Busche die Sterne da ist noch ein Holger hol jetzt noch ein anderes Holger ja dann können wir sie paaren Oh ich hab auch noch ein Holger komm hopp 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 Die Geräusche die da entstehen sind die von mir? Busche die macht Carsten Ne, dieses Tick, 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 Tick Hallo, ich weiß nicht, was du meinst Äh, Carsten, wie weit Oh, jetzt bin ich hier in den Fluss reingefallen Wie weit bist du mit dem Intro? Welches Intro? Mein Intro Na, hier, von uns Achso, das Redstone Ja Äh, ist Renner noch Ich hab drei Hühnchen jetzt an der Nase Ich hab zwei Jetzt bin ich wieder in den Platter gefallen Renner seit drei Tagen Ja, das wird ein bisschen länger dauern, das Redstone Wie lang ist denn das Intro? Ähm, circa 30, nee, 15 Sekunden Achso, ja, passt ja Oh nein, jetzt fallen die da nicht rein Nicht reinfallen Kommt da raus, Kinder Ihr sollt nicht baden, ihr sollt mir hinterherlaufen Guckt mich nicht so an, es gibt nichts Sieht man schon ein Gehegel? Ja, ja Dirk, mach mal schnell ein Gehegel Ich find nichts zum Haus Ich muss mich schnell Für was zum Gehegel? Für die Hühnchen? Für die Hühnchen Ich habe drei Stück Okay, warte Da Oh, ich bin wieder in so ein scheiß Loch reingefallen Das Hühnchen da rausrufen, Digga Das reagiert nicht mehr Ich glaube, es ist verwirrt, weil wir beide Es ist Hat sich aufgehängt Komm, komm, komm Nee, jetzt würdest du sehen Bist du reingefallen? Oh shit Geh, dann mach das Tor auf, hier kommen drei Hühnchen Drei Chicken Nuggets Wer hat bestellt, dreimal Chicken Nuggets Rein Warte, schieb's mal raus Nein, es ist aber auch nicht doof Jetzt Kinder, Vorsicht, da kommen noch mehr Wir dürfen nicht so viele sein Wir dürfen nicht so viele sein Wir dürfen nicht so viele sein Geh doch einfach da rein Geh da rein jetzt Geht mal weg da jetzt Wenn das zu viele sind Ihr müsst euch, darf nur einer machen Ja, die, 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 die fühlen sich verwirrt Ja, ihr müsst da weggehen Mein Gott Dann locke ich jetzt eben alle einzeln rein Ich hatte da gerade so viele Hühner Jetzt geht er weg doch Wir können da nicht zu dritt Ich schub's die da rein Pass auf hier Tor Hier ist noch eins, komm Und Tor Ey Tor Jetzt kommen noch die Hühnchen raus Ganz hässlicher Hahn Oh, sorry Au Nicht hauen, hallo Ja, die sollen noch wieder ra- Ah, jetzt, ooooh Egal, sind viel drin Egal, die haben genug So, jetzt machen wir da wieder einen Zaun hin Und dann, ähm Warte, 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 warte Ich Legebatterie Oh, schick Können die überzahlen drüber, die, die Hühnchen? Jetzt ist das Hühnchen hier draußen Ja, es tut mir leid Deine Mutter, die ist ganz schön fett Jeden Abend Achso, ne Kennt ihr diese Kinderlieder noch? Mir fallen gerade Tausende Kinderlieder Ich frage mich gerade, was du für eine Kindheit hattest Ja 설 ensures Eine grausame Chicos, was hältst du den ganzen Tag für Achievements hier, Junge? Ach, ja Ach, 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 Ach Ach, 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 Ach Och, ach, 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 Ach Ach, das sieht schön aus. Ich hab keine neuen E-Mails. Was ist das denn? Ist das ein Zaun? Keiner schreibt mir. Hey, wofür brauchen wir Zaun? Für die Hühnchen. Achso, dann mach doch welchen. Nee, ich hab nichts. Ich hab welchen, warte. Gleich. Ich werde jetzt welchen holen. Achso, wer hat denn der hier? Mach du Scheiße. Wer hat hier versucht sich kreativ zu betätigen? Okay. Womit? Mit dem, was hier so Scheiße aussieht. Nein, Quatsch, sieht wunderschön aus, Dirk. Danke. PS tut es nicht, ich will nur nicht, dass er wieder weint. An Carsten. Kann ich hören. Tut mir leid. Das ist immer noch kein Zaun. Ja, Moment, ich hab vergessen, Erde mitzunehmen. Erde? Wofür braucht es denn Erde? Damit ich das ausfüllen kann, das Loch. Ich muss das richtig ausfüllen. Gott. Aber ich weiß schlechte Winze nach. Ja, irgendjemand muss sich ja mal ablösen. Oh, ich fahr wieder durch. So, komm, es wird dunkel. Jetzt werden die Zaun hier hindern. Ja. Kommt doch immer noch nicht raus. Hey. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ey, ey, ey. Da liegt ein Ei. Die Eier müssen sammeln. Nein, hier bucht alle und verstecken die da. Ich schlafe die jetzt hier. Hier kann die Betten ohne so ein Bad nicht hauen. Ja, doch. Einmal hauen da hab ich die. Die sollen ja nicht sterben, die sollen da rauslaufen. Ist der Hund da unten drin. Ah, jetzt weg. Warum gehen die da alle unten das Loch rein? Die sollen da raus. Ist ja jetzt mal schlafen gegangen? Ach, du willst schlafen gehen? Ja. Raus. Raus hier. Oh, Tommi. Hier ist ein Tommiton. Hier ist ein Tommiton. Zwei. Zwei. Wernst du denn die Hühner? Was? Jetzt ernsthaft? Ne, drei sind noch übrig. Drei ist weniger als vier. So. Hat jemand ein Tor? Ich mach da eins. Ich mach da eins. Schicken wir das gleich. Mit Holz, ne? Nein. Holz. Und Stäbchen. Hier sind keine Stäbchen mehr und auch keine Holz mehr. Was mach ich denn jetzt? Hat jemand von euch Stäbchen dabei? Ja, ja, ich mach rein. Hopp. Sag mal, warum hast du da hinten dieses farbige Holz rein gemacht? Das sieht ja total scheiße aus. Da kommt jetzt Erde rein. Wo ist die Erde? Was klar warst du? Nein, du Idiot. Wo ist das Tor? Nein! Komm hier! Das Tor. Jod hat das Tor eingesammelt. Schaff's nicht. Ich hab's. Ach, ich... Zaun. Ne, Zaun. Ich hab nur Zaun. Kein Tor. Komm, 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 komm. Du hast kein Tor gemacht? Joach. Ich komm. Wir müssen da alle von dem Hühnchen weg, sonst kann er Carsten das nicht ansammeln. Komm, 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 komm. Das kommt ja. Boot, 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 boot. Dirk, wir müssen da weg von dem... Komm her jetzt. Dirk, wir müssen da weg. Oh, hier weg. Einfach weg, einfach weg von dem Hühnchen. Das muss dann Dirk, äh, Carsten das Tor aufmachen. Mit dem Munde da reingehen. Komm. Und dann mach ich schnell das Tor unter ihm zu. Geht doch. Oh yeah, da hinten sind Skelette. Ich hol die mal. So, jetzt muss er drin bleiben, Carsten. Da hinten kommt ein Skelett. Und ein Baby-Zombie, und ein Baby-Zombie. 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 Oh, pass auf. Oh, da... Das geht doch nicht. Oh, ich kenn Katzen. Kleine Sohne, ne? Kleine Sohne. Meine ganzen Sachen wieder weg. Ich hab die eigentliche Sachen... Warte, ich schmeiß alles in den... In die Giste herein. Oh, nur Momento. Oh, aus unserem Keller. Weißt du, deswegen war da die Tür. Deswegen war da die Tür. Die kommt jetzt sofort wieder rein, ey. Die ist ein bisschen durchlöchert aus. Scheiße, falsche Seite. Ein bisschen. Guck mich mal an. Ich hab hier ein paar Sachen gefunden. Oh, Gott sei Dank, ich lebe noch. Gott sei Dank, der is er ja. Oh. Lieber Gordon, falls du... Das Schöne ist, wir können jetzt... Was? Ich will... Was sagst du? Was? 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 Was erzählst du da? Ich war grad was einem erzählen. Und du kommst du dazwischen. Nein, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ich bin hier aus dem Kontext gekommen. Die zwei alte Obers. Wollen wir nicht irgendwie schlafen gehen oder so? Dann haben wir das Problem nicht. Ja. Welches Problem? Ich hab kein Problem. Ne ne ne. Dann komm, alle warten wieder nur auf dich. Leg dich hin jetzt. Das falsche Bett. Oh, 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 oh. Das wusste ich nicht. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht ins Bett rein. Ah doch. Schon gut, ich kann. Oh, jetzt. Schön. So. Schön. Wann sind eigentlich die Kartoffeln fertig? Äh... Ich streue da jetzt mal, bis Knochen will drauf. Dann sind sie sofort fertig. So, neun Kartoffeln haben wir, Kinder. Neun Kartoffeln. Heute im Sonderangebot. Oh, Creeper. Oh, Creeper. Ähm, Creeper. Hilfe. Okay. Du machst das. Wo bist du? Wo, wo? Dahinten? Da. Ja, wo's gleich knallt. Ja. Ja. Er ist getötet worden. Ja, schau. Ja. Ja.